Ich bin gekommen, um meine Ausbildung abzuschließen. Ausbildung brauchst du keine. Wieso tust du schon alles? Also bin ich ein Jedi. Eins niemals vergessen. Die Stärke eines Jedi fließt aus der Macht hinzu. Unterschätze niemals die Macht des Imperators. Aber das Wichtigste ist Folgendes. Wir wissen, der Imperator beaufsichtigt persönlich die Fertigstellung seines Todesstandes. Eins noch übrig ist, weder. Stellen musst du dich bald weder her. Denn nur dann ein Jedi-Ritter wirst du sein. Aber es steckt noch Gutes in mir. Ich kann es nicht tun, Ben. Ich kann doch dich bei deinem eigenen Vater töten. Dann hat der Imperator schon gewonnen. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Du musst dich noch einmal das Wege umstellen. Ein großer Tag, Lord Wehle. Es ist der Todestag der Rebellion. Ein Zeitalter des Friedens beginnt für das Imperium. Der Imperator hat dich bereits erwartet. Ich weiß, Vater. Ich weiß, es ist noch viel Gutes in dir. Komm schon an, alter Kumpel. Jetzt entwischen mich mal nicht. Es gibt da nur noch ein kleines Detail, um das wir uns kümmern müssen. Jetzt, Skywaka. Sterb dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017